Die Gefährten und Arek, Arek und seine Gefährten genannt, sind auf Kasuvari, sind wieder im Tempel des Tuamu-Wai und hatten in der letzten Episode die Suche nach den Relikten für diese Fratzen abgeschlossen. Für jede Fratze ein Relikt und jetzt kann man diese Relikte ins Becken der Erinnerung geben und jedes Relikt eröffnet eine neue Herausforderung. Das heißt, drei Kämpfe stehen uns bevor. Mal schauen, wie lange die alle dauern. Ich nehme einfach mal das Erstbeste hier. Das war das vom Sucher. Das überlebende Gesicht. Überstehe den Widerstand des Überlebenden. Eine Reihe von, ja genau, irgend so ein Kram. So, da ist auch die zweite Queste noch vorangegangen. Achso, ich kann jetzt die da reintun. Dann mache ich alle Questen weiter. Dann werden hier die Herausforderungen aufgelistet. Jawohl. Muss ich jetzt kämpfen oder kann ich jetzt auch... Oh, mein Freund kehrt zurück. Du hast dich auf deiner Suche gut geschlagen und Toa-Mu-Wai möchte sehen, dass du Kasuvari verlässt, um im restlichen Todesfeuer nach Artefakten zu suchen. Neue Aufgabe, die Suche des Suchenden Gesichts nach der Atra-Perle. Beschaffe die Atra-Perle. Das Suchende Gesicht flüstert von einer glatten Kugel aus Atra, poliert in den Tiefen des Ozeans. Dutzende Male verloren und wiedergefunden ist sie auf den Grund von Neketaka gesunken, zu den Ruinen weit unten. Um sie von den Kreaturen in der Grube allerdings zu erbeuten, sollte man die Lehren des Suchers im Hinterkopf behalten. Dass ein Köder dem Jäger so dienlich sein kann wie ein Speer. Neue Aufgabe, Suche des schlachtenden Gesichts. Das schlachtende Gesicht knurrt etwas von Krakenauge und einer Münze, die vor verlorenen Leben ganz schwer ist. Es stammt von hier und die Gesichter möchten, dass es seinen Weg zurückfindet. Er lächelt und zeigt seine spitzen Zähne. Es stellt keine Gefahr für dich dar, das verspreche ich. Und Konstanten. Hört sich total sicher an. Konstanten schnaubt. Und schließlich das nächste. Das überlebende Gesicht lehrt eine Lektion, das Hartnäckigkeit nicht zwangsläufig zum Überleben führt. Er lacht leise in sich hinein. Verwirrt? Suche die Altäre der Toten in Neketaka auf und ich bin sicher, du wirst beginnen zu verstehen. Wirst du dich dieser Jagd stellen? Klar. Ganz ausgezeichnet oder gelarde, wie unsere vailianischen Freunde sagen würden. Er lacht in sich hinein und seine Finger huschen über seinen Mund. Und Konstanten. Wie wäre es, wenn du bei Ikera bleibst? Und der Garry. Gute Jagd, mein Freund. Er neigt seinen Kopf, um dich zu verabschieden. Aha, okay. Also ich will ja die Errungenschaft mir holen, dass ich ihm alle Artefakte besorge. Das geht offenbar, indem ich mich jetzt auf den Weg machen würde, die anderen Artefakte zu suchen und dann komme ich wieder her, tunke die in diese Salatschüssel hier und habe dann die Möglichkeit, die letzten Questen zu bekommen von ihm, die mich dann nochmal irgendwo hinschicken, um die jeweils letzten drei Artefakte zu suchen. Ich würde ganz gerne aber vorher ein paar Kämpfe machen, dass ich das ein bisschen halt durchmische. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier einen Kampf anfange, ob dann die Questen, also wenn ich jetzt eine Herausforderung vom suchenden Gesicht anfange, ob dann die Questen für das Beschaffen des zweiten Artefakts vom schlachtenden und überlebenden Gesicht scheitern. Weil ich jetzt quasi mich schon für ein Gesicht entscheide, das weiß ich nicht. Ich kann es nur mal probieren, indem ich jetzt einmal speichere und dann einfach mal so ein Ding hier mache. Eine Herausforderung. Schatten des Suchers. Wir fangen mal einfach ganz oben an. Der Kampf stellt den letzten Kampf eines... Wieso den letzten? Muss man von unten anfangen, oder wie? Das Spinnennetz. Naja, zwei Spinnenmatriarchinnen und ihre jeweilige Brut haben ihren Hinterhalt geworben und warten nun darauf, dass mutige oder dumme Herausforderer in ihre Falle tappen. Obwohl es ihnen an jeglichem Verstand eines gestandenen Jägers mangelt, so haben die Spinnen ihre eigene wilde List und viele Jäger wurden von den Ausgewählten des Suchers bereits getötet. Ja, wir machen das einfach mal. Das suchende Gesicht. Nur wenige Wesen töten mit der kalten Vorsätzlichkeit der Spinne. Noch weniger können den Kindern des Suchers widerstehen, wenn sie zusammenarbeiten. Sucht nach dem richtigen Entwirren der Brut. Andernfalls werdet ihr von Mutter und Schlüpflingen überrannt werden. Muss ich Gelege... Gelege... Gelege? Nein, keine Gelege. Bin mir nicht sicher, ob meine Stiefel für unsere Freunde hier groß genug sind. Düsterweberling und Düsterweber. Das ist das gleiche wie in diesem Spinnenlabyrinth. Wenn die dicken Düsterweber platzen, dann kommen da drei oder vier dieser kleinen raus. Die sind garstig. Ich glaube, ich muss hier mit Massenvernichtungswaffen kämpfen. Schleichen. Schieß mal einem in die Drüse. Mit dem Schachzug. So, dann läufst du zurück. Der übliche Buff. Komm, 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 komm. Gut. Segen. Wäre auch cool. Oh. Wir machen Fernkampf. Wieso heilst denn du dich? Ah, Erholung der Mutter heilt. Ach so. Die Existenz dieser Dicken führt dazu, dass die dünnen, also die kleinen sich heilen. Das ist nicht schön, aber ich muss trotzdem erstmal noch das hier abwarten. Au. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Wir gehen da aber sowas von rein. Attacke. Dahin. Und trinke, du hast keine Massenvernichtungswaffen. Keine, aber doch hast du, oder? Das Bomben. Hahaha. Ich habe ja Bomben, stimmt. Erschütterungsbombe. Granate. Egal, hol das mal da rein. Mal gucken, was passiert. Tringil aktiviert Bombe. Ja, gut. Also nicht gut, weil dir geht es nicht gut. Ich glaube, ich kann meinen Schurken gleich aufheben. Attacke. Äh, geh du mal mit tanken. Das ist alles nicht schön, ja. Xoti, das dauert alles zu lange. Ach, du hast gar nicht genug Wunden. Was ist denn hier los? So, ist schon mal gut. Dann, Xoti, ihr zwei beiden braucht hier dringend einen Heilkreis. Du und dein schurkischer Kamerad. Der kommt hier entgegen. Schießt da hin. Konstantin kann schon wieder hier die nächste Windhose runterlassen. Ja, genau. Xoti, hast du jetzt den Heilkreis gewirkt. Ja, das hast du sogar geschafft. Dann mach mal den. Tringil macht mal den. Ihr seid voll im Fokus. Das ist nicht gut. Arik ist auch voll im Gewitter. Der steht. Was ist denn da los? Au! Kann kein Mensch so schnell lesen. Xoti tötet einen Düsterweberling. Äh, Konstantin einen. Ja. Und ein Düsterweber ist auch weg. Also eine Mutter und zwei, drei Jungtiere haben wir schon weg. Äh, du bist schon wieder da. Das ist nicht gut. Mach die auf den Weg. Schuss auf... Eigentlich die da. Die ist am totesten. Arik, mach dich wieder auf den Weg. Xoti, irgendwer hat sich alles gar nichts gebracht. Heil euch. Tringil, schieß die um. Du schießt die da jetzt weg. Äh, wir haben da nichts zu tun. Das ist Konstantin. Ach, der hat gerade getrellert. Da ist so ein Wirbelwind unterwegs, der die Spinnen durchrührt. Und Arik rührt gleich mit. Äh, fuh, 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 fuh. Xoti, nochmal so ein Ding. Ich glaube, das ist weg. Mach nochmal, ist egal. Konstanten. Da draufhauen. Arik hat keine Wunden. Attacke. Attacke. Zwei Mütter sind weg. Die dritte auch gleich. Konstanten sinkt. Wieder hin. Oh, Xoti. Hoffentlich hält sie das überhaupt noch aus. Ich kann dir auch gerade nur begrenzt helfen, aber Tringil kann noch ein bisschen helfen. Macht's mal. Gleich habe ich wieder Wirbelwind und rumfliegen. Mach das. Komm, Xoti, du musst deinen Zauber noch durchbringen. Danach kannst du von mir aus umkippen. Ich hoffe, dann haben wir's. Oh, hast du das gemacht? Ja, Xoti wirkt. Xoti, du musst dich jetzt ganz schnell verdrücken. Du bist hier voll im Fokus. Geh weg. Tringil stoppt das mit der Heilung. Oder? Nee, nee, nee. Mach die mal weiter. Es ist irgendwie... Das dauert ewig, bis sie jetzt ist zaubert. Äh, Arig ist unterwegs. Hier, du kannst deinen Rüssel hier wieder rauspacken und losschicken. Wo bist denn du? Du bist da. Mach das da hin. So, Xoti hat sich verpisst. Kann weg. Tringil, du gehst aus deren Reichweite weg. Sonst bist du der Nächste, der dran ist. Das ist mir schon klar. Au. Das ist übel, was da passiert. Da ist noch so eine dicke... Ach, die hat sich da hinten hin verpisst. Das ist witzend. Schießt die Mutter weg. Komm, Tringil. Eder steht. Ist Arig wieder da? Nee, der ist noch unterwegs. Mach dich wieder los. Nee, also gut, das kannst du auch da machen, ja. Konstanten. Solltest du nicht dein Liedchen trellern? Hast du das nicht gemacht oder hast du schon wieder Phrasen gesammelt? Das wundert mich, ja. Dahin. Eder, das ist deiner. Nochmal hier. Tringil schießt die nächste Mutter weg. Sieht schön aus, oder? Ist aber gefährlich, was ich ja mache. Tringil geht es nicht gut und ich habe erst in 26 Sekunden eine Heilerin. Das wird Arigs lange in 2x2 nicht aushalten. Das ist nicht gut. Eder. Ja, das ist deine. Das ist Konstanten. Der ihm geht es auch nicht mehr wirklich gut. Nimm mal den da. Tringil schießt die weg. Wo ist Arig? Der ist da unten. Hat nicht genug. Wunden. Aber es wird sich gleich ändern. Okay. Nächstes Muttertier weg. Das sind die Kleinen. Tringil, jetzt müsstest du mal noch die da wegschießen. Dann haben die Kleinen keine Heilung mehr. Konstanten. Da ist irgendwie... Ach, die ist gerade übernommen. Geht da hin. Eder, du solltest irgendwie da hin stürmen. Was ist denn das für ein Kreis? Narisflug ist ja noch unterwegs. Das ist diese Windhose. Was das für ein Kreis ist, ist vielleicht, wenn du so eine Spinne platzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil eigentlich macht auch Konstanten nichts, was so ein Giftkreis verursacht. Du bist da irgendwo. Es ist deiner. Mach du mal neue Kraft. Du haust mal irgendwo drauf, bis du genug Wunden hast. Das ist schon der Fall. Heb ab. Tringil. Ich will, dass diese Spinne da weg ist. Sag, hast du die verfehlt? Du willst mir echt erzählen, was diese Spinne verfehlt? Schieß die um. Die heilt sich. Ich weiß es nicht. Warte mal kurz hier. Ich habe doch den Totschläger. Oder? Wieso geht denn der nicht? Schachzug? Mach den Schachzug meinetwegen, wenn die nicht tot zu kriegen ist. Du haust da drauf. Warte mal. Tringil, was hatten die für ein Problem? Also die hat kein Problem, aber irgendwie ist die nicht zu treffen. Tringil macht keinen Schaden. Das ist ja krass. Weiter drauf. Ah, ist schon wieder da. Hast du überhaupt was gemacht? Ich sehe keinen Schaden hier. Angriff. Jetzt hat er die mal gut getroffen. Nochmal. So, du kannst die wieder also auf den Weg machen. So, du kannst auch was auf den Weg schicken. Und zwar mach da hin. Hallo, Xoti. Schön, dass du wieder da bist. Okay, jetzt ist die weg. Gut. Tringil geht da zur Seite. Xoti, der bräuchte noch nicht unbedingt Hilfe. Aber Konstanten. Warte mal, hier platzt eine Spinne und Konstanten kriegt so ein Ding. Warum eigentlich? Hallo. Effekt, Effekt, Feind, Ziel überspringen. Ja. Oder hast du irgendwas, wenn du einen Gegner killst, dass da irgendwas passiert? Irgendwie muss irgendein Effekt haben. Ich weiß sogar hier. Naja, es ist egal. Das ist ein schöner Effekt. Jetzt habe ich den da noch. Den kriegst du noch getankt. Attacke. Tringil hilft dir. Da ist er auch bald weg. Da ist Arik. Xoti. Lauf mal da hin. Schnell. Arik greift hier an. Stopp, Xoti. Jetzt Hand von Wohl und Wehe auf Edea. Dann steht Arik dazwischen. Dann werden sie beide geheilt. Aber die ist schon weg. Das ging ja schnell. Dann stehst du auf die Konstanten. Du kannst dich da nicht mehr dazwischen drängeln. Ich glaube, das geht nicht. Da läuft diese dumme Schwäne hin. Ja, heile, heile Gänzchen. Warte mal. Arik geht ein Stück zurück. Man kann konstant noch reinrutschen. Da rein. So, jetzt hier Heilung. Heile, heile, heile. Heile, heile, heile. Ja, ja, ja. Ist gut. Das tickt hoch. So schnell könnt ihr auch nichts abziehen. So, jetzt ist Xoti wieder platt, weil sie im Fokus war. Muss jetzt weglaufen ganz schnell. Dafür ist Arik aber bereit, sich mit denen da anzufreunden. Du hier, du hilfst und dann wird das irgendwie seinen Gang gehen. So, Xoti. Man kann es da schießen. Ne, Xoti kann da schießen. Arik klopft. Tringil hilft irgendwem. So, du kannst dich auf den Weg machen. Konstanten kann die Windhose losschicken. Das ist Arik. Das ist Konstanten. Ja, mit diesem Zauber macht Konstanten durchaus ordentlich Schaden. Das ist so ein Arik-Zauber. Der hüpft 14 Mal hin und her. Das ist, äh, 14 Mal ist viel. Hier drauf. Da drauf. Kannst du da hinschießen? Das, äh, schieß mal dadurch alle durch. Angriff. Angriff. Gut. Das war noch die Windhose. Dahin. So, die schießt euch alle durch. Das ist auch der Sinn. Und Ari gibt nochmal ab. Und dann haben wir es gleich geschafft. Übel, übel, übel. Und da unten. Und da unten. Jawohl. Sieg. Bescheidenes Zeug hier. Fortfahren. Es reicht nicht aus, den Schwachpunkt seines Feindes zu finden. Man muss auch wissen, wie man seine Vorteile aushebelt. Ausgezeichnete Jagd. Wächter. Ach, die nächste Angeber. Yolati, die Ältere. Sie telepathiert. Wenn der Wächter von Katnua im Schmelztiegel antritt, haben wir womöglich nicht allzu schlechte Aussichten auf eine Herausforderung, die unsere Zeit wert ist. Diese Wörter huschen durch deinen Verstand, als du an einer Gruppe aus fünf Kriegern vorbeiläufst, von denen einige ausdruckslos in die Gegend starren und andere ein deutlich aufgesetztes Lächeln tragen. Die mutmaßliche Anführerin der Truppe startet dich unbeirrt an. Vermutlich ist sie der Ursprung der mentalen Kommunikation. Ich würdige euch überhaupt keines Wortes. Es wirkt sowieso nichts. Die Anführerin der Gruppe neigt ihren Kopf zu ihrer Linken und kurze Zeit später ahmen die anderen es ihr nach. Wir sind die stillen Fünf. Viele sind auf diese Insel gekommen, um uns zu besiegen, aber wir verfügen über Fähigkeiten und Training, das über die Stärke normaler Waffen hinausgeht. Und ihr seid alle Gestandene und ich habe den Knüppel und kann in den Wind springen. Ihr habt überhaupt keine Chance. Noch nie zuvor kam eine Gruppe so perfekt vorbereitet, um den Segen des Suchers zu erbitten. Ich kann jetzt versuchen sie einzuschüchtern. Das wird wohl nichts werden. Also die ist ja noch relativ zivilisiert im Gegensatz zu Pilpin. Pipiltin hieß es ja ja da. Aber ich glaube ich ziehe das durch. Hier wird nichts gesagt zu diesen komischen Herausforderungen. Die Anführerin der Gruppe neigt ihren Kopf zu ihrer Linken und kurze Zeit später ahmen die anderen es ihr nach. Was willst denn du von mir? Wir sind die stillen Fünf. Viele sind auf diese Insel gekommen, um uns zu besiegen, aber wir verfügen über Fähigkeiten und Training, das über die Stärke normaler Waffen hinausgeht. Was willst denn du von mir? Geh weg! Okay, das hört doch nicht auf. Dann muss ich sie bedrohen. Jetzt frage ich mich, wirst du immer noch so leise sein, wenn ich auf deinen Schädel einhämmere? Niedlich, ergötze dich an deinen kleinen Fantasievorstellungen. Wenn wir uns im Schmelztiegel gegenüberstehen, werden wir dir mit dem gleichen Eifer ein Ende bereiten. Es ist schade, dass man keine Worte der Niederlage von diesen komischen Gegnern lesen darf. Immer nur diese rotzigen, arroganten, triefenden, herausfordernden Dumpfbatzen-Worte. Es ist echt ätzend. Ich wollte es nicht lesen, aber es ging nicht anders. Mit nichts sagen bin ich nicht vorangekommen. Das Quintett wendet sich von dir ab und geht auf den Applaus der Arena zu. Ankämer. Es sind gestanden und ich habe den Knüppel. Hahaha. Jo. Okay, also ich habe hier jetzt noch nichts Schlimmes gemacht. Es kann aber sein, dass wenn ich die Herausforderung eines Gesichts komplett abschließe, dass ich dann ein Problem kriege vielleicht mit den anderen konkurrierenden Questen. Tja. Ich habe ein paar Ressourcen verbraucht. Also das reicht noch, was ich hier habe. Aber auch nicht mehr unendlich. Es ist die Frage. Achso, wie sieht denn eigentlich mit dem Schild aus? Habe ich da nicht langsam mal genug? 38 von 100 Wirkungen. Das ist wenig. Bei dir waren es mal irgendwann 52. 66. Das geht langsam vorwärts. Mit Betonung auf langsam. Hm. Tränke. Tränke auffüllen. Habe ich irgendwelche dicken Tränke noch da oder muss ich die kaufen oder brauen? Der Gürtel ist auch noch nicht voll geworden. Das ist auch scheiße. Wo ist denn hier? Habe ich keine Heiltränke mehr? Das ist ja weg. Heiltränke. Ich habe diese kleinen. Ah, hier. Zack. Ich habe auch noch Bomben bestimmt. Habe ich auch noch richtig. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, nee, du hast auch keinen verbraucht. Ach, du hast gar nichts. Okay, du kannst die gleich nehmen. Viel Spaß damit, die werden dir am Eifer des Gefechts nicht helfen. Ah, hier. Schriftvolle Hand und Wohl und Wehe. Das ist schön. Aber Arcana? Hast du 13 Arcana? Hast du? Ah, in der könnte ich das auch machen. Das ist auch schön. Also Hand und Wohl und Wehe ist mittlerweile mein Lieblingszauber. Das heißt, ich müsste mal gucken, ob ich das nicht vielleicht schreiben kann. Überlebung, Gebet, Gebet. Nein, das ist hier nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na, hier, es zählt unter allgemeine Angriffe. Dafür braucht man Rubine und Saphire und Palmenlatten. Ich habe relativ viele davon. Ich könnte mal, ich habe jetzt eine im Gepäck. Die stapelt sich auf fünf. Ich könnte mal eins, warte mal, nochmal drei, also vier machen. Dann habe ich die dort. dann kann ich die letzte die hier irgendwo schlummert und ich nicht mehr finde da die kann ich dazu packen man kann aber nur idee die benutzen also er hat sich selbst damit nicht aber er kann in linie halt alle anderen richtig gut heilen und das geht nur wenn ich also kann das nur so machen sinnvollerweise ja okay daher so dennoch komplett hoch ich habe jetzt mit dringy nicht mehr die möglichkeit zu heilen das kann natürlich böse seien böse enden aber moment war ich habe aber hier ich habe doch hier so seelen essenzbomben aus dem winterbestien reich instabil instabile seelen essenz die heilt ein bisschen das besser als nichts dringy du hast gar kein arkana richtig jetzt habe ich nicht gegeben warum solltest du es auch haben ja da kannst du damit ein klitzekleines bisschen heilen da kann dir so die da noch das geben so die hat ja andere mittel und möglichkeiten was macht das noch mal davon habe ich viele auf sich selbst 50 präsentige chance gegnerische kritische treffer im treffer mit nicht steuer durchdringenden angriffen umzuwandeln minus 25 prozent erlitten aus schaden von nicht steuer durchdringen angriffen für 25 sekunden ist auch nicht schlecht das kannst du mal nehmen wenn wir zu viel schaden fressen das hilft vielleicht ein bisschen den schaden einzudämmen und da keiner eine verletzung hat und alle anderen sachen sicher aufladen würde ich sagen hier ist schluss ich speichere hier und da geht es weiter mit der nächsten herausforderung irgendeiner von den vielen die ich habe im nächsten teil bis dahin ja ja und